Jo, jo moin Leute, herzlich willkommen zur Woche 8 der USFL United States Football League Season 2020 Free Predictions. Los geht's, heute um 18 Uhr, alle Spieler live auf der Zone. Heute um 18 Uhr, Pittsburgh Maulers unterliegen Houston Gamblers, 13 zu 22. Dann um 18 Uhr, Birmingham Stallions gewinnen gegen Philadelphia Stars, 35 zu 28. Und morgen um 19 Uhr, New Jersey Generals unterliegen Memphis Showbirds, 0 zu 22. Und um 22 Uhr, New Orleans Breakers gewinnen gegen Michigan Panthers, 19 zu 17. So, das war's von Woche 8 der USFL Season 2020 Free. So, last night, last night, water, ciao. Ciao.